wir haben jetzt einen neuen mond am 14 oktober und einen vollmond am 28 oktober bei den monatlichen videos habe ich euch pro sternzeichen und ascendenten gesagt welche bedeutung diese zwei himmlische ereignisse haben und wir wissen dass die auswirkungen von finsternisse innerhalb von sechs monaten sich ergeben das heißt die wirkung von einer finsternis ist nicht nur an dem tag in dem die finsternis passiert sondern sechs monate danach und auch sechs monate davor ja also immer davor und danach das ist die dynamik in der astrologischen interpretation wir wollen wissen selbstverständlich welche bedeutung diese finsternis haben wir sohn im finsternis und natürlich auch mond finsternis selbstverständlich hat jeder ein horoskop hat jeder eine individuelle veranlagung und darauf kommt es auch an was du dann letztendlich da hast wenn eine finsternis einen kritischen oder wichtigen aspekten grad oder winkel aspekt zu deinen positionen in geburtstroskop bilden dann ist die finsternis für dich persönlich relevant und dann müsste ich mir anschauen welche planeten welche ecken vom horoskop werden von der finsternis angetastet und was kannst du daraus lernen was könnte geschehen in deinem leben und wir haben selbstverständlich auch die weltliche allgemeine interpretation und in diesem video geht es darum das zu vertiefen welche bedeutung hat die finsternis im sternzeichen wage das ist die erste finsternis am vierzehnten und welche bedeutung hat die mund finsternis im sternzeichen stier am 28 oktober mein name ist enmanuel von sendstern falls du diesen kanal noch nicht abonniert hast bitte tue das jetzt damit du keine beiträge von mir weder bei der youtube community noch in form von videos verpassen kannst die erste finsternis das ist die sonnenfinsternis die geschieht im 21 grad vage was ist vage vage sind partnerschaften partnerschaften in allem sinne zuerst möchte ich über das spirituelle oder über die spirituelle interpretation von vage sprechen bevor wir noch konkret in diese thematik gehen was ist die spirituelle bedeutung von dieser finsternis wir wissen dass alles was existiert eine urquelle hat denn von nichts kommt nichts das heißt alles was existiert das universum hat einen ursprung und dieser ursprung ist die einheit alles kommt vom eins und und kehrt zurück zum eins die einheit ist die wahre realität die wir als beschränkte lebewesen nicht wahrnehmen können vielleicht können wir uns der wahrnehmung der einheit annähern aber wir können die einheit beziehungsweise die vollständige vollkommenheit als menschen nicht erfahren vielleicht nur bei manchen momente der freude die nur ein paar stunden dauern da hat man ein gefühl der trassen denn dass man die dualität dieser welt trassen wird überwindet und sich wieder mit der einheit vereinigt wenn es nur ein paar sekunden oder ein paar stunden ist das ist alles was wir als menschen erfahren können der rest ist nur dualität pur wir sehen dass unser leben auf dualismus basiert leben tot tag nacht mann frau ab auf links rechts gut böse schwarz weiß etc etc und dieses dualismus wird uns im horoskop vollständig bewusst nachdem wir uns als individuen komplett oder vollständig entwickelt haben zumindest symbolisch betrachtet ist das so wir sehen das wagen das siebte zeichen des horoskops des tierkreises ist und was steht gegenüber wagen es steht wieder wieder sind die ersten impulsen der persönlichen wahrnehmung und hier im siebten haus gibt es eine konfrontation zwischen weder und wagen weder ist das eigene ich das ist der impuls das zu sein was man ist als individuum aber man bekommt nicht ein ich gefühl automatisch geliefert wenn man in dieser welt angeboren ist sondern dieses ich gefühl oder die ersten funken davon müssen sich in einem prozess der selbsterkenntnis begeben und daraus entsteht einen lebensweg dafür lebt man ja um sich zu vervollkommen um wieder zu versuchen eine einheit zu sein letztendlich haben wir uns von der einheit getrennt und jetzt ist die frage wie kehren wir da hin zurück wir suchen die einheit wir suchen die liebe denn die liebe ist das einzige was uns der einheit näher bringt wieder Stier Zwillinge Krebs Löwe und Jungfrau das sind die Zeichen der Vervollkommung von diesem Gefühl des Ichs und nachdem und nachdem durch die Arbeit und durch die Verfeinerung dieses Ich-Gefühls im Sternzeichen Jungfrau dann gehen wir in das nächste Zeichen das ist Vage das siebte Zeichen welches im Opposition zum ersten Funken des persönlichen Wahrnehmung steht wieder und hier treffen wir andere das Ich trifft das Du zum ersten Mal nachdem man sich als Mensch etabliert hat denn man kann nicht alles sein auch nicht alles können und letztendlich ist Jungfrau das Zeichen der materiellen Einschränkung im Sinne vom praktischen Zwecke ja es gibt Ärzte es gibt Anwälte es gibt Polizei es gibt also das sieht man im Bereich des Berufes ja also man kann nicht alles gleichzeitig sein man muss sich für etwas spezialisieren auf dieser materiellen Sphäre man muss eine Rolle spielen und daraus gibt es eine Stärkung der eigenen Identität und dann gibt es die Gelegenheit das Gegenüber zu treffen die andere Menschen das betrifft unsere Beziehungen unsere Partnerschaften das Du die Anderen die Gesellschaft die Welt das was anscheinend außerhalb von uns selbst steht das ist Vage das ist Vage Vage ist das erste Zeichen welches mit dieser Thematik zu tun hat mit dem Anderen und jetzt haben wir eine Finsternis hier in diesem Bereich was könnte passieren psychologisch spirituell und weltlich gesehen wir wissen dass alles was Vage betrifft mit Harmonie verbunden sein muss warum Harmonie weil das Dualismus welches zum Leben ja gehört betrifft uns Menschen und wir sind ja nicht perfekt das haben wir im Sternzeichen Jungfrau erfahren wenn man sich mit Jungfrau beschäftigt hat dann weiß man okay man bemüht sich eine Perfektion zu erreichen aber man merkt irgendwann Perfektion ist nur bedingt und absolute Perfektion in allen Kontexten gibt es überhaupt nicht und jetzt vor allem wenn man in Partnerschaften andere Menschen trifft andere Menschen begegnet dann merkt man das auch weil es ist viel einfacher die Fehler von anderen Menschen in Betracht zu ziehen als die eigenen Fehler zu sehen so ist das bei den meisten Menschen und jetzt gibt es dann im Vage eine Konfrontation im schlechten Sinne sowohl als im guten Sinne und zugleich auch eine Widerspiegelung des eigenen Selbst in Form vom Anderen weil das Du und das Ich ist eine Polarität ein Dualismus es hat sich aus es hat sich aus der Einheit getrennt ja Einheit und dann haben wir diese zwei die daraus entstanden sind aber aber obwohl wir diese Grund Wahrheit haben alles ist eins dann gibt es die andere Wahrheit alles ist zwei und jetzt gibt es ja die Möglichkeit zu reflektieren wie wie harmonisch ist die Dynamik die aus dieser Polarisierung in Deinem Leben entstanden ist wie harmonisch wir wissen dass eine Partnerschaft ist so dass man etwas gibt und etwas bekommt und ich sehe dass viele Menschen vor allem wenn es darum geht Liebe zu finden sie erwarten vieles in diesem Lebensbereich sie sagen mein Partner soll solche und solche Eigenschaften haben er soll vielleicht viel Geld haben er soll vielleicht klug sein und erfolgreich sein er soll meine Gefühle verstehen können aufmerksam sein zum Beispiel und wenn wir vom Aussehen sprechen klar da gibt es so viele Erwartungen er soll so und so aussehen er soll groß sein er soll klein sein schwarz weiß was auch immer ja also es gibt sehr viele Erwartungen was Liebe betrifft und man stellt diese Anforderungen dem Universum dar ja man hat Wünsche man hat irgendwelche Sachen die man unbedingt haben will aber jetzt kommt das aber es ist immer die Frage was kann man dem anderen geben was kann man geben nicht nur ist die Frage was kann man bekommen sondern was kannst du als Individuum sein und ausstrahlen das für andere Menschen attraktiv ist ich spreche jetzt vom Thema Liebe und Partnerschaft was kannst du geben um diese Dynamik womöglich harmonisch zu gestalten womöglich fair zu gestalten sodass du keine giftige Abhängigkeit hast und schlechte Erfahrungen hast weil in Partnerschaften gilt ein Gesetz ja es gibt es gilt das Gesetz der Resonanz du kannst niemanden finden der nicht mit deiner innerer Resonanz korrespondiert auch wenn du denkst alles ist Zufall es ist aber nicht Zufall alle Menschen mit denen du eine Intimität erlangst sind mit dir synchronisiert im Grunde genommen sind sie eine Widerspiegelung von dir selbst warum weil das grundlegende Prinzip des Kosmos ist die Einheit wie ich von Anfang an gesagt habe dementsprechend wenn du jemanden triffst triffst du dich selbst in Form eines anderen beziehungsweise könnte man auch sagen du triffst Anteile von dir selbst die du als Partnerschaft oder als eine oder innerhalb einer partnerschaftlichen Dynamik erfahren möchtest und das ist nicht immer schön deswegen muss man an sich zuerst arbeiten sich verbessern sich verfeinern und vor allem das eigene Selbstbewusstsein stärken so dass man womöglich mit diesen positiven Inhalten die man in sich selbst trägt jemanden findet der eine Widerspiegelung davon ist und dann hat man Harmonie dann hat man Harmonie aber und vollkommene Harmonie weil es gibt keine perfekte Partnerschaft es kann keine perfekte Partnerschaft geben denn letztendlich ist Liebe teilweise eine Opfergabe und dementsprechend muss man hier sich mit Dynamiken in Partnerschaften auseinandersetzen Partnerschaften auf der Arbeit mit Kollegen mit Vorgesetzten mit Kunden Partnerschaften zur Familie zur Mutter zum Vater zu den Kindern zu den Enkelkindern aber die wichtigste Partnerschaft ist die Partnerschaft zu dir selbst kümmert du dich um dich selbst und wie tust du das oder hast du dich selbst vernachlässigt sodass es dir alles egal ist und du schlechte Gewohnheiten hast oder selbst zerstörerische Dinge tust also das sind wichtige Fragen also die erste Frage ist die Partnerschaft zu dir selbst das ist die Priorität ja oder nein natürlich ist das die Priorität denn nur wenn du dich selbst verstehst liebst auf dich achtest dich aufbaust dein Charakter deine emotionale Reife deine Eigenständigkeit deine emotionale Eigenständigkeit nur wenn du diese hast dann kannst du eine harmonische und glückliche Partnerschaft pflegen und du wirst natürlich automatisch das geht ganz von alleine die richtige Person anziehen können und nicht die falschen Personen weil für mich gibt es in Partnerschaften nur zwei Möglichkeiten entweder lernst du jemanden kennen der dich ergänzt mit dem du zusammen wachsen kannst oder du lernst jemandem der eine Lektion für dich sein sollte eine Lektion um zu lernen was du nicht sein solltest und was du korrigieren solltest in deinem Leben letztendlich bist du kein Opfer sondern du bist der Täter deiner Zukunft deines Schicksals und die Sterne zeigen nur welche Möglichkeiten hast du innerhalb deines Schicksals du hast Gute du hast Schlechte und je nachdem was du freiwillig entscheidest und je nachdem welches Karma du hast dann hast du ein Ergebnis aber hier ist das eigene Verhalten und die Partnerschaft zu dir selbst und zu anderen das ist die Priorität mit allem was Vage betrifft ok also wir haben das Thema Fairness soziale Fairness auch in der Gesellschaft natürlich zählt das auch ja also nicht nur individuell Fairness in Partnerschaften zur Familie zum Partner zum Lebensgefährten sondern Fairness im sozialen Bereich im gesellschaftlichen Bereich das wird alles jetzt ein großes Thema sein diese Kraft von Vage erreicht den höchsten Punkt und deswegen gibt es hier vieles zu überlegen im Bereich der Politik zum Beispiel weil es gibt Leute die einfach ein Haufen Geld machen umsonst und es gibt das Volk und das Volk muss immer dafür haften für diese Parasiten ja Politiker sind ja zum großen Teil Parasiten das wissen wir auch und dann kommt natürlich diese Konfrontation diese Polarisierung dieses Dualismus wovon ich von Anfang an spreche und das kann nur zunehmen jetzt mit dieser Finsternis nicht nur in Deutschland nicht nur in Österreich oder ja überall überall in der Welt wird natürlich dieses Thema desto stärker rüber kommen und Vage betrifft natürlich die Bereitschaft Kompromisse einzugehen sich für Frieden einzusetzen und das heißt in den kommenden sechs Monaten sehen wir in der Welt dieses Thema Frieden ja oder ob Frieden überhaupt wieder möglich ist Vereinbarungen sind möglich mit Vage das ist eine Energie die eigentlich harmonisierend wirken kann wenn man damit richtig umgeht und dann haben wir am 28. des Monats eine Mondfinsternis im Sternzeichen Stier wieder nochmal das das Thema Ressourcen das Thema Ökonomie Ökologie Klimawandel und solche Sachen ja das sehen wir auch Ereignisse mit der Erde vielleicht unerwartete Katastrophen oder Ereignisse die der Erde betreffen das ist auch in den nächsten sechs Monaten nach dieser Mondfinsternis im Stern auf jeden Fall möglich und das sage ich schon seit mehrere Monaten das ist eine Vorhersage von mir dass hier auf jeden Fall etwas grossartiges passieren kann ein Phänomen was man nicht erwartet was uns alle betrifft kann aber auch eine Naturkatastrophe sein leider ja das wollen wir nie aber Naturkatastrophen gibt es immer aber eine besondere Katastrophe ja eine richtige ja also wir können sogar von apokalyptischen Ereignissen hier sprechen wenn das bedeutet dass mit dem Magnetfeld der Erde irgendwas passiert oder solche Themen die man nicht erwartet die ein bisschen komisch sind das kann sich ergeben muss aber nicht sein weil es kann so sein dass diese Kraft von dieser Finsternis im Stier in Richtung Geld oder Finanzen Finanzmärkten auswirkt deswegen müssen wir schauen wie diese kollektiven Sachen die ja sehr komplex sind und darin besteht die Schwierigkeit eine Vorhersage zu machen sich letztendlich entwickeln und welche Ereignisse werden sich in den nächsten sechs Monaten zeigen auf jeden Fall sehr spannend Stier ist die Erde Stier sind auch alle Menschen die in der Landwirtschaft arbeiten Landwirtschaft alles was mit der Grundversorgung zu tun hat Essen Trinken ich nehme an alles wird natürlich teuer oder teurer noch teurer als es schon ist und die Unzufriedenheit selbstverständlich die gesellschaftliche Unzufriedenheit wird zunehmen weil wir haben Waage das ist die Gesellschaft Fairness oder Unfairness Konfliktivität Polarisierung und wir haben Stier das Geld Vermögen Grundversorgung also hier sehen wir auf jeden Fall Chaos das kann kommen in den nächsten sechs Monaten es kann ein kleines Chaos sein was wir vielleicht in Deutschland nicht so richtig spüren aber es kann auch ein großes Chaos sein was auch in Deutschland zu spüren sein wird wir werden sehen wir bleiben wachsam auf der individuellen Ebene was kann diese Finsternis im Stier beinhalten selbstverständlich auch wie auf der kollektiven Ebene das Thema Finanzen ganz klar und je nachdem wo du Stier im Horoskop hast dann können wir auch die Nuancen und die Einzelheiten der Interpretation dann uns anschauen gemeinsam wenn du willst kannst du eine astrologische Beratung buchen und dann schauen wir uns welche Auswirkung diese zwei Finsternisse im Oktober für dich persönlich konkret haben werden bist du wertvoll genug für einen Partner was kannst du geben ja nicht nur was kannst du bekommen sondern was kannst du den anderen anbieten das ist die große Frage ja und das bedarf natürlich einen hohen Mass an Selbstwahrnehmung Selbstbewusstsein wer bin ich was kann ich erkenne ich mich selbst in meiner Ganzheit oder verdränge ich Anteile meiner Persönlichkeit aufgrund von wir wissen Traumata aufgrund von schlechten Erfahrungen aufgrund von dem was die Familie sagt oder was die Kollegen sagen oder was auch immer bist du stark genug bist du selbst bewusst genug um das auszustrahlen was du bist authentisch und mit Freude ja oder nein das wird entscheidend sein wenn es darum geht ein Gefühl des Selbstwert zu entwickeln und harmonische Interaktionen in allen Beziehungen deines Lebens zu pflegen darauf kommt es auch an mit diesem zwei Finsternis Astro Rebellin Astro Rebell Astro Rebell ich habe nichts mehr zu sagen wenn es dir dieses Video gut gefallen hat dann Daumen hoch und abonniere diesen Kanal und wenn du natürlich eine konkrete eine langfristige Vorhersage benötigst du weißt was zu tun ist in diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir viel Spass mit den Auswirkungen dieser zwei Finsternisse in Waage und im Stier auf der er